So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Islands. Ich glaube, es ist gerade Nacht geworden hier. Ich hatte gestern noch so einen Würfel entdeckt in der Welt. Ich hatte mich dann über die Kamera aus, zwar noch ein bisschen umgeschaut hier auf der Insel. Ich bin mal auf den Berg hochgeklettert, ich weiß gar nicht, eventuell war ich da aber noch online. Äh, Quatsch, ich hatte die Kamera noch an. Die Insel hatte mich jetzt so neugierig gemacht, dass ich mal doch noch eine Folge mehr dran hänge hier. Obwohl ich eigentlich die anderen Modis auch mal noch anschauen wollte. Wobei ich, guck mal, kann ich hier ne Fackel kraften, wo war das noch? Fackel, Fackel, Torch. Eine Leiter. Flint. Ich hab nur einen Flint. Ich brauch mehr Flint. Kommt den herstellen, Feuerstein. Feuerstein, wo bist du? Wo findet man Feuersteine? Oh, ein. Achso, das ist ein Pferd. Gut, 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 gut. Gras. Ich finde Gras und Pflanzen hier jede Menge. Ich schau' mal am Strand nach. Vielleicht gibt's ja da ein paar Feuersteine. Am Strand hatte ich bis jetzt immer nur Muscheln und so. Bisschen Quatsch gefunden. Oh, du bist scheiße, nur ein Stein. Feder, Stock. Karotten. Du bist auch noch Stein. Stein, Stein, Stein. Oh, hier unten, unten rechts steht ja, was ich sammle. Brauch ich ja dort nur aufpassen. Stein. Also im Inventar sah das aus, als wenn Feuersteine ein bisschen heller sind als normale Steine. Ich dachte, in Realität wären Feuersteine eher schwarz, aber na gut, das ist eine Eichel. Ah, nicht ein Pilz. Stein. Ja, es gibt's nicht hier. Pilze, Pilze, Pilze. Flint! Jawohl. Ich kann mir was hier stehen. Flint, Flint, Flint. Crafting. Warum blinkt jetzt hier oben mein Essen? D-d-d. Ich sollte was essen. Kann man hier irgendwas direkt essen? Alter Bären. Kann man hier essen? Ich kann hier alles sehen. Nein, so geht es schon mal nicht. Crafting. Muss ich irgendwas zum Essen machen? Campfire Construct. So. Interact. Take our craft. Inventar. Flint. Wo? So, craft. So, jetzt machen wir noch... ...ne Torch. Brenne Torch, ok. Oh, 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 scheiße, 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 äh, geh weg, geh weg, geh weg. Ähm, vier. Hau noch um. Boah. Dammit. Gemein. Gut, dann sind wir mal wieder gestorben. Auf ein neues... Scheiße. Scheiße, bleh. Ah, und wir fangen in... ...in der Nacht an. Ah, schöne Scheiße. Sammeln, 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 sammeln. Komm. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Steine. Hopp. Steine und Stöcke. Oh, das war eine Feder. Ein Feuerstein. Okay, eine Feuerstein haben wir schon mal. Oh, da hinten scheint der Mond. Was willst du denn, eine Ziege? Hopp, hopp, hopp. Das sind wieder Muscheln. So, jetzt schauen wir mal. Feuersteune. Haben wir bestimmt nur einen. Ein Vogelnest aufgesammelt. Ein normaler Stein. Und ein Wildschwein. Ich bin wieder an die Ziege. Stein. Feder. Du bist... Ein Feuerstein. Gut. Zack, zack, zack. Jetzt. Flint. Kraften. So. Wo war die normale Torch? Wie sieht die einfache Torch aus? Achso. Seile, Seile, Seile. Wort. Resin. Resines Harz. Den brauchen wir eine Axt. So. Zwei. Muss wir mal in den Baum fällen. Pam, 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 pam. Nehmen wir den großen hier noch. Mir ist kalt. Ach, komm. Kleine. Oh, der sieht aus. Resin. Jawohl. Und los geht's. Werde deres Seen. Eine Torch. Erstellen. So. Und jetzt eine brennende Torch. Zack. Inventar. Wupp. Der ist nicht mehr kalt aktuell. Aber wir werden trotzdem dir jetzt noch ein paar Sachen herstellen. Und zwar ein Graskleid. ein Gras-Shirt. Ein Gras-Shirt. Kraft mit hin. Kraft mit hin. Ein Inventar. Mütze. Ein Hemd. Und ein Rock. Oh, ich hab' noch ein paar. Gut, 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 gut. So. Dann können wir jetzt weiter sammeln gehen. Und dann wird's schon wieder hell. Hopp, hopp, hopp. Braucht sich jetzt die Fackel irgendwie? Oh, da ist ein Gebäude da hinten. Urn. Nimm einem Turm. Laufen wir da hin. Dilililil. Oh, hier ist was weises, wenn das nicht eine beschissene Feder ist. Eins. Warum ist da eine Eins? Warum ist hier eine 1? Ah, ein Wolf. Ich würde irgendwas machen, nein. Warum ist hier so ein beschissener Wolf? Das könnte auch ein Wolf sein. Mist, Mist. Wildschwein und Wolf wollen spielen. Ball fehlt dann, ich brauche mehr Feuersteine. Oh, da schläft wieder ein Hündchen. Hop, hop, hop. Ne, komm. Doof ist wieder mal eine Feder. Wildschwein hat Angst. Oh, na. Du bist doch ein Feuerstein, jawoll. Das sind normale Steine. So, und da ist was Weißes. So, jetzt bin ich beruhigt, denn... Ich nehme einen zweiten Feuerstein. Es ist auf jeden Fall möglich jederzeit nochmal Feuer zu machen. Da oben leuchtet schon wieder das Fleischkeule-Symbol. Vermute ich mal, dass der Charakter wieder ein bisschen Hunger bekommen hat. Oh. Oh. Vielleicht sind die Wölfe auch friedlich. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Pferd. Da ist schon wieder was gebautes. Ich versuche jetzt mal ein Lagerfeuer zu machen. Und zwar ein brennendes. Gibt es das zufällig? Der, äh, Campfire. Gibt es ein brennendes Campfire? No fuel. Construct. Was machen wir hier hin? Interact. So. Grafen. Muss ich nun auch irgendwie rausfinden. So. Wunderbar. Zack. Jetzt suchen wir uns einen Stuhl. Lock Joint. Lock Fees. Lock Fees. Wobei. Ne Axt habe ich schon. Wuh. Die wollen wir doch noch kraften. Jawoll. Anziehen. Wo sind die schönen Schuhe hin? Ja. Zack. Hack. Grafen. Graf denng. Da demn. Ein Steinhammer. Stone Maes. Was fehlt da? Brauche ich mir das Seil? So. Also ein Steinhammer haben wir. Eine Axt haben wir. das was nicht genug inventory platz wenn ich das hier reinpacken wird dann mehr platz nein das ist jetzt dumm das messer auch noch aufgehoben und damit würde ich sagen ich beende erstmal diese folge ich sag tschüss und tschau bis zum nächsten mal